Du möchtest dir ein neues Fahrrad kaufen und kannst dich nicht zwischen Kettenschaltung, Nabenschaltung oder Tretlagerschaltung entscheiden? Dann solltest du unseren Artikel über Fahrradschaltungen lesen. Dort vergleichen wir alle gängigen Schaltungssysteme und beziehen auch die ernstzunehmenden Exoten mit ein. Den Link zu unserem Artikel findest du in der Videobeschreibung gleich unter diesem Clip. Untertitelung des ZDF, 2020